Blatt Spencer 187 Wie viele Mahlzeiten isst du, wenn du Fitness machst? An welche feste Zeiten habt? Gehört man, soll alle 3-4 Stunden essen. Jeder Mensch, jeder Körper reagiert anders auf gewisse Dinge. Wenn du jetzt zum Beispiel in Schichten arbeitest und den ganzen Tag schläfst, dann kannst du so eine Regel wie nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, kannst du nicht einhalten. So, wie viele Vitamine, Enzyme hast du in den Lebensmitteln, die du konsumierst? Was musst du eventuell sogar noch als Supplements dazunehmen? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bildscher, Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Blatt Spencer 187 Wie viele Mahlzeiten isst du, wenn du Fitness machst? An welche feste Zeiten habt? Gehört man, soll alle 3-4 Stunden essen. Also Blatt Spencer 187 Ich bin keiner, der sagt, dass du eine Timeline haben musst, wann du welche Lebensmittel für dich konsumierst und wann nicht. Die erste Priorität sollte daran, also was am allerwichtigsten ist, um Muskeln aufzubauen, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ich sage es nochmal, ist ein Kalorienüberschuss. Also an erster Stelle steht der Kalorienüberschuss. Du musst schauen, dass du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst. Dann nimmst du zu und dann kann dein Körper Muskeln aufbauen. Danach solltest du gucken, wie ist die Verteilung von diesen Kalorien. Fette, Kohlenhydrate, Protein. So, ich bin ein Fan davon, das so ausgewogen wie möglich zu halten, mit dem Protein und mit den Fetten nicht zu krass zu übertreiben, Kohlenhydrate immer noch auch schön oben zu behalten, egal ob Massephase oder Diät. Das ist der zweite wichtige Punkt. Deine Makronährstoffe. Danach kommen die Mikronährstoffe, was für die Gesundheit wichtig ist. So, wie viele Vitamine, Enzyme hast du in den Lebensmitteln, die du konsumierst? Was musst du eventuell sogar noch als Supplements dazunehmen, damit dein Körper einfach gesund ist, weil es nicht mehr in der Nahrung leider so krass vertreten ist und weil wir nicht mehr so viele Vitamine, Enzyme etc. in unserer Nahrung drin haben, weil der Boden nicht mehr so viel hergibt, ist das der drittwichtigste Punkt. Das Timing, wann du was isst, kommt in der Pyramide irgendwann ganz unten. Also es macht keinen großen Unterschied. Wenn du jetzt zum Beispiel in Schichten arbeitest und den ganzen Tag schläfst, dann kannst du so eine Regel wie nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, kannst du nicht einhalten. Davon solltest du dich auch nicht einschränken lassen. Weißt du, wenn du jemand bist, der nachts trainieren geht und danach essen möchte, dann isst du danach, egal wie viel Uhr es ist. Was ich als Tipp rausgeben kann, ist 2 Stunden, 1,5 bis 2 Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr zu essen, damit der Magen relativ leer ist und damit du im Schlaf auch richtig regenerieren kannst und dein Magen nicht noch arbeitet. Das ist ein wichtiger Fakt. Alles andere mit Restriktionen, zeittechnisch, ab 18 Uhr nicht mehr und dann so und so viel Uhr, so und so viel Uhr, ist relativ egal. Spielt wirklich keine große Rolle beim Muskelaufbau oder ob du zu oder abnimmst. Auch mit diesem Hub gehört, man sollte alle 3, 4 Stunden essen. Fitness ist auch ein individuelles Thema. Fitness und Gesundheit, jeder Mensch, jeder Körper reagiert anders auf gewisse Dinge. Jeder Mensch, jeder Körper hat andere Dinge, die einem gut tun. Das muss man für sich selber herausfinden. Also du musst für dich selber herausfinden, wie du besser fährst, wie du dich einfach gesünder und wohler fühlst. Wenn du alle 3 bis 4 Stunden isst oder wenn du zum Beispiel nur 2 Mahlzeiten oder 3 Mahlzeiten am Tag hast, aber die von den Kalorien her trotzdem deinen Bedarf decken oder drüber hinausgehen, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Weißt du, wie ich meine? Da würde ich auf dich selber hören, wie du selber das bevorzugst einfach für dich und deinen Körper. Ich bin zum Beispiel einer, ich esse lieber gerne weniger Mahlzeiten. Also 1 bis 2 Mahlzeiten, die dann groß sind, wo ich meine Kalorien gedeckt habe und auch drüber hinaus bin, damit ich Muskeln aufbauen kann. Aber ich mag es nicht, alle 3 Stunden zu essen. Das stresst mich, weil ich halt auch gerne so die Mitte vom Tag so nutze, um Dinge zu tun. Weißt du, wie ich meine? Sachen zu erledigen, live zu gehen, Videos zu machen, zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, wenn mein Magen da ein bisschen leerer ist, dann bin ich da leistungsfähiger. Auch im Gym bin ich irgendwie leistungsfähiger, wenn in meinem Magen nicht so viel rumliegt, was noch verdaut werden muss. Deswegen bin ich ein Fan von weniger Mahlzeiten am Tag. Aber am Ende des Tages kommt es wirklich nur darauf an, ob du jetzt 4 Mahlzeiten isst und 2500 Kalorien da abgedeckt hast oder 2 Mahlzeiten und damit 2500 Kalorien abdeckst. Ist relativ egal. Nur solltest du darauf achten, was für dich sich besser anfühlt. Manche Leute mögen es nicht, so eine großen Mahlzeiten zu essen. Die liegen dann schwer im Magen, man wird ein bisschen lethargisch und so. Die machen lieber 3, 4 kleine Mahlzeiten. Ich hoffe, ich konnte dir deine Frage damit gut beantworten, bro. Blood Spencer had in, man, weh ich jo. BECAUSE